So, neuer Versuch mit dem Penner. Alter, wie soll ich dem denn ausweichen können? Ey, das ist witz. Die macht ihm ja gar keinen Schaden. Mein perfektes Reich erwartet mich. So, Phase 1. Ah, ja, Junge. Das ist meine heilige Pflicht. Ich bin meines Gottes würdig. Meine Macht und Bestimmung. Ja, ey, komm. Was? Was ist? Ich hab doch... So, komm her, ihr. So, Phase 2. Phase 2 beendet, jetzt Phase 3. Mal gucken, wie viele Phasen es gibt, ey. Dies ist mein Weg. Der einzige Weg. Was? Ja, ja. Ja. Über den ganzen Bildschirm macht das. Das ist meine heilige Pflicht. Wo bin ich denn? Alter, was ist? Ey, komm Junge. Alter, leck mich echt. Junge, du kannst mich mal. Alter. Alter. Ich habe ge... Ja, kann man nicht blocken. Nee, ist klar. Ja, komm. Kick date. Äh. Alter, jetzt reicht es mir langsam echt hier. Ja. Ja. Komm her, ihr. Ja. Äh. 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 Alter, Junge, ja, doch! Wie groß will sie, soll die reichsweite Händung sein? Mann, Alter! Ey, boah, es ist echt unbeschreiblich, wie der mir gerade auf den Sack geht. War es das jetzt endlich? Okay, es reicht. Ey, ich werde es das nächste Mal nicht mehr angreifen. Es reicht mir wirklich. Oder war es das jetzt endlich? Es ist vorbei. Ach, jetzt komm! Oh, komm! Oh! Halt, 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 hier, auf den Sack! Mann, wie soll ich die Ebene da ausweichen? Junge, Alter! Nee, das war es jetzt nicht. Lernen, mit dem Wind zu segeln. Ein wahrer Krieger braucht keine Waffe. Es sind deine Taten, die zählen. Dann will ich dorthin, wo wir Unsterblichen wieder Freunde sind. Die ist die Zähne. Verst du? Washer? 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 Du, du hattest recht, Sargon. Die Kräfte von Simur gehörten nie uns. Das ist das Ende. Oh, mögest du die Saat der Hoffnung nach ganz Persien tragen? Varam, nein! Das ist das Ende. Das ist das Ende. Das ist das Ende. Okay, war jetzt schon ein bisschen beeindruckend. Der Prinz ist zurückgekehrt. Sie waren erfolgreich. Der Prinz ist am Leben zurückgekehrt. Hier ist Prinz Hassan. Die Unsterblichen waren erfolgreich. Man wird sich an dich erinnern. Mögen wir uns wiedersehen. Ähm, eure Majestät? Nicht mehr. Zargon, du brachtest uns Simur zurück. Ein Triumph eines König, ein Triumph eines Königs würdig. Vor 30 Jahren wurde König Darius ermordet. Nein. Wie ist das geschehen? Wie ist das geschehen? Ich lasse dich diese Sache gestehen. Sargon? Wir verdienen die Wahrheit. Für das Volk! Wir verdienen die Wahrheit. Wir verdienen die Wahrheit. Wir verdienen die Wahrheit. I-jzäß. so gut, das dürfte es dann auch gewesen sein mit Prince of Persia The Lost Crown, außer nach dem Abspann kommt jetzt so irgendwas ganz dolles Neues schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen Abspann lasse ich wie immer laufen Joach, ich bedanke mich fürs Zuschauen hoffe euch hat es gefallen im Großen und Ganzen hat es mir echt Spaß gemacht ein geiles Spiel, der Artstyle gefällt mir sehr gut Gameplay in großen Teilen auch sehr gut die Bosskämpfe, naja naja ich sag mal, lag jetzt nicht immer nur am Gameplay, sondern auch an mangelndem Skill machen wir uns nichts vor, aber trotzdem ein paar Sachen dabei, wo ich sage wollt ihr mich verarschen aber gut ich hoffe euch hat es auch gefallen wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, schaut gerne mal auf Twitch vorbei, denn auf Twitch werde ich in Zukunft solche Singleplayer Let's Plays aufbringen, sowie auf meinem Zweitkanal dann hochladen, aber in längerer Form sprich, das werden keine ne, dedizierten Aufnahmen mehr werden so wie hier, die ich dann hinterher noch schneide, einzeln hochladen und so weiter und so fort sondern ich nehme die dann, was weiß ich ich sag es mal drei Stunden am Stück auf und lade dann jeweils ein Stunden Parts oder direkt als Export von Twitch nach dem, nach dem YouTube-Kanal hoch. Den Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten gibt es auf meinem Hauptkanal auch ein Erklärvideo, was was ich mir denn vorstelle wie jetzt Videos auf dem Hauptkanal kommen wie Videos auf meinem Live-Kanal kommen wie es mit Twitch weitergeht, etc. pp. in diesem Sinne schaut gerne beim nächsten Video vorbei also die Upload-Zeiten werden sich auch ändern auch nochmal kurz erwähnt, ne neue Videos werden sobald auch Final Fantasy 7 Rebirth durch ist wird es nur noch ein Video auf dem Hauptkanal geben um 15 Uhr erstmal ne, dann halt auch wieder geschnitten und hast nicht gesehen verschiedene Sichten und der Rest, wie gesagt, so Singleplayer Let's Play zum Beispiel Dragon's Dogma 2 äh, Supermarket Simulator bla 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 ne, sowas das kommt alles auf dem Live-Kanal in dem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal schaut gerne nochmal auf Twitch vorbei und bis denn Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020